Ja, ja. Er und Bauministerin Gaiwitz müssen kein Sofortprogramm mehr nachlegen, weil ihre miese CO2-Bilanz ab jetzt mit den anderen Ressorts verrechnet wird. Verstehen Sie, das ist im Prinzip, ja, so eine Art Montessori-Inklusionskabinett, wo gar keine Noten mehr vergeben werden und nur noch die Performance der ganzen Klasse zählt. Warum machen wir das denn nicht überall so? Mein Gott. Ja, okay. Ich bin rotzevoll. Aber du musst es so sehen. Die ganzen anderen Autofahrer, die fahren ja nüchtern. Und das gleicht inszusammens alles wieder aus. Verstehst du? Stimmt. Bingo-Bongo. Darauf reden wir. Na? Bingo-Bingo. 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 Bingo, Bingo. Vielen Dank.